Mit dem Varoma können Sie komplette Mahlzeiten zubereiten. Füllen Sie Wasser in den Mixtopf, geben Sie Kartoffeln in den Gareinsatz, Gemüse in den Varoma-Behälter und Fisch oder Fleisch in den Varoma-Einlegeboden. Stellen Sie die Temperatur auf Varoma und nach ca. 30 Minuten können Sie eine gesunde Mahlzeit genießen. Mit dem Varoma können Sie komplette Mahlzeiten zubereiten. Füllen Sie Wasser in den Mixtopf, geben Sie Kartoffeln in den Gareinsatz, Gemüse in den Varoma-Behälter und Fisch oder Fleisch in den Varoma-Einlegeboden. Stellen Sie die Temperatur auf Varoma und nach ca. 30 Minuten können Sie eine gesunde Mahlzeit genießen.